Meine Freundin zeigt mir ihre Kindheitsspiele von früher. Seid mal gespannt! Big Sinkers Kindergarten Gut, ähm, das Aquarium. 3 become 1 again! We love to swim anytime! Ja, und schweig hat sie war dreimal da und, äh, hat angegeben. World of Wonders down here. Look, that clam has something inside it. What could it be? The fish below are trying to spell out what's in the clam shell. Choose the letter on Becky or me that completes the word. U is my letter. Ben, what's your favorite lunch? Hey, peanut butter and jellyfish sandwich. Ja, welchen denn? U is my letter. U is my letter. Ach so, darum geht's. Ja, dann Gumb. Gumb. Just for that, we'll swim ourselves silly. Oh, nein, nein. My letter is N. Oh. My letter is N. Can. Just the letter they needed. Genau. Das zählt. Ich krieg da vier Sterne. Ram. You're good at this. Ahoy, Pardar! Schaut, das passt besser aus. Bam. Zu dem Viech. Guck und zack. Wieder was. So, Sterne angesagt. Ruhe. Sei still. Sei still. Sei still. Sei still. Ähm. Kann man einfach nur dreimal? Hier ist auch nichts. Das stimmt, ich will becheck das nicht. Wo denn? Click on the Becky that looks different than the other two. Nice going. Can you tell which Becky looks different? Ah. 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 Das ist einfach nur dreimal. Ah. Ah. Also ich bin ein Great Detective und da ein paar Stück für die Sterne, die ich allein verdiene. Ah. Ah. Danke, das reicht. Ah. Ah. Da kann man raus. Wir machen aber erst noch das letzte Spiel hier drin. Ah. 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 Pass mal vor ca. Mal aus dem Ball. Na ja das ist wirklich so lange. Der賽 ist ja sich groß gekommen. Also, der Elephant ist intelligent. Wir können die St psychiatreplayte spielen, die Siehst an den дома. Ich habe 4. Das ist einfach. Und ich habe 4. Ich mag den Tubuh. Also... Och. Du musst jetzt fügelbleben, du musst jetzt fügelbleben. Dankeschön. Drums, okay. Okay, das ist ein Nachter. Okay, das ist ein Nachter. Was kommt Pitch? Was kommt Pitch? Das kann nur noch das sein. Yo. 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 Bei Bugs Gaming. Yeah. Gib bei YouTube einfach ein Bugs. Bugs. B-A-G-S. Yeah. Dann macht der Typ noch Livestreams. Twitch. Tv. Slash. Bugs laufs Bier. Yeah. Lasst gerne ein Abo da. Yeah. 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 Mein Herz groovt. Dank euch. Yeah. Done. Okay. 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 Ja. Ja. Schön. Dann gehen wir noch raus. Oh. Jetzt werden sie so Eiche. Dann können wir einfach rausgehen. Das ist super. Ja. Toll. Ja. Wir kommen so früh mit uns weg. Dann können wir jetzt bestimmt hier was reißen, oder? Smart-Charts. Hier sind alle Smart-Stars, die du schon erwähnt hast. Ah, überall wo ich was gekriegt habe. Aber Musik eben habe ich nichts bekommen. Alphabet-Skills? Wo waren das nochmal? Bei den Fischen? Aber da war ich doch, oder? Und das ist... Counting and Computation. Counting and Computation. Counting and Computation. You can learn more about this. On the fence in the backyard. Musik Kreativität. You can find out about this. And now. Bin ich jetzt fertig? Fester? Ah! Gut, dass ich es sagen, gute Frau. WELCOME! 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 TO THE SUPERSTAR OF SMARTS CHALLENGE! The place where you can really use your smarts. And your smart stars! Eenie, meenie, miney, moe! Which color star, nobody knows! This time you'll have a... Language Arts Challenge! It takes smart star power to play the challenge. Let's get charged up! es ist mein turn, wir gehen für einen Spinn! wie wir es heute kriegen ah ok cool, was soll das? ja, was war jetzt das Ziel? ich verstehe immer wieder ich weiß es nicht was willst du? deine smarten Sterne sind hoch ich muss noch mehr Sterne sammeln, oder? ich weiß es nicht ah, Spinny hä? ich weiß es nicht, was du vorstürst ich weiß es nicht, was du vorstürst ich weiß es nicht, was du vorstürst ich weiß es nicht ich weiß es nicht, was du vorstürst ich weiß es nicht, was du vorstürst und runter gehts Ah, sie sammelt immer noch eine gewisse Grenze ein, die alte. Ah, da brauchst du viele Sterne, die hier ans Ziel kommt, ich verstehe. Es ist scheißegal, was ich hier drücke. Flugzeug, was ist da ein Flugzeug? Okay, okay. E, A. Ja, so gut. Ähm, Flower wäre hier. Umbrella. Umbrella. Ja, da ist kein A. Umbrella, ja. Das ist nicht schön. Du brauchst einfach dafür genug hin. Känguru! Gate! Gate? Ah, da vorne ist das Gate. Ach, da ist ja noch ein zweites Car. Ich bin mir nicht sicher, ob sie zum ersten gegangen wäre. Deswegen habe ich, äh, ja. Ja, das war... Moment mal, danke. Ähm, Bird. Das ist B. Schildkunde Turtle. Ja, das ist immer eine klare Sache. Trotz aller Schwierigkeiten haben wir es geschafft, ne? Äh, S. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich dachte, dass es wahrscheinlich besser ist. Ja, bin das geschafft. Oh nein, das ist mir zu viel. Anscheinend kann man das ewig so weitermachen, aber man kann Sterne sammeln. Also wir sind hier fertig. Das war's mit dem Video. Laber mir nicht rein. Sonst gibt's Schelle. Kannst du auch nicht spielen? Was? Was kann ich machen? Ach so. Ich glaub's okay. Ich weiß nicht, ob der... Ach so, ja. Okay. Wir spielen den Groove jetzt. Und lassen die Frau auch was spielen. Ja, ganz toll. So, was ist das? Ach! Ich glaub übrigens. Passt nicht. Nein. Nein. kann das drauf halten ich spüre es nicht richtig Jetzt habe ich den Groove glaube ich, oder? Hallo, weiter spielen! Hey! Ich weiß, dass ihr diesen nächsten Song möchtet, Smartstars! Ja, da haben wir noch mal drei Steine, wenn wir nichts mehr brauchen. Okay, was machen wir jetzt zum Abschluss? I, I, zum Abschluss sagen wir Tschau, I, heut, vergiss nicht, ich spüre den Groove, I, I, Spüren Sie den Groove, Mr. Krabs, spüren Sie es, spüren Sie es! Das war's mit Old But Gold, seid nicht traurig, bald kommt schon der nächste Part!